Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und jetzt kannst du mich erschießen. Ping. Ping. Du, ich würd gern mal mit dir über unser sexuelles Leben reden. Ich schaff das nicht mehr. Hör doch mal auf, mit der Hand zu krabbeln. Ich glaub ja, du musst mal was riskieren. Ich find ja, du bist so ängstlich. Sag mal, findest du mich eigentlich männlich? Ja, ich muss nur lachen wegen dieser Frage. Was ist da? Wollt ihr weg? Hans, ne? Das ist so erfolgreich, dass ich sie befruchten muss, damit alles noch im Lot bleibt. Und du, was machst du gerade? Ich hab total viel gearbeitet. So was sollte der Typ auch mal machen. Welcher Typ? Na, der Freund. Wieso besprichst du das mit mir, wenn er da sitzt? Ich geh jetzt gerade mal mit dir reden. Ja. Aber mit diesen altväterlichen Floskeln und Belehrungen, die braucht er nicht. Das ist so peinlich. Hast du mich manchmal? Ich hasse dich ja manchmal. Ich hab dich gefragt. Aber ich hasse dich. Ich hab dich gefragt. Ich will, dass du jetzt hochgehst und nach ein paar Minuten sagst, dass es dir schlecht ist wegen deiner Schwangerschaft und dass du nach Hause willst. Schau dir einfach mal an, wie andere sich verhalten. Aber ich will nicht sein wie andere. Ich will nicht sein wie andere.